ja und damit willkommen zurück zu einer neuen episode von baldur skates ja ich habe jetzt unsere pfeffelin die karlach mit dabei druide konnte ich nicht mit dem ich hatte irgendwie einfach keine gesprächsoption dafür aber ja gut jetzt haben wir zwei damen bei uns die ziemlich einheizen können und ich würde mal sagen wir werden da oben mal den leuten ein bisschen einheizen mal schauen ob das eine gute idee ist beziehungsweise wir könnten dann eigentlich da in diese eine hülle reingehen aber zuerst einheizen mal schauen wie das wird ich habe extra noch mal gespeichert für alle fälle jetzt ist die frage wie man das am dümmsten machen wir müssen ja da rein um um you brought her here we won't survive another assault leave us in peace and we shall leave you in kind cut the crap anders i know what you are don't let her hurt us please we just want to go home hmm hmm i'll tell you whatever you wish to know just let us live please this is rich they serve the arch devil's ariel biggest liar in all the realms seems their servants have picked up some of mummy's tricks believe me these sneaky fucks won't stop till they have me hold tied at her feet it isn't true half of us are badly injured the other half dead i admit we ambushed you an assignment an assignment from our god tear we thought you a devil and with your flames you proved us right but tear will not consign us to our death he is merciful leave us and we'll leave you okay enough enough i'll not play pretend anymore karlack you're going home in pieces of needs must and you you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage das war zu viel oh oh someone is very very pissed oh okay hey warte mal kannst du nicht genug Bewegungsrate mach mal yes ähm Schild des Glaubens auf sie bitte jetzt mal bitte da hin ohne beenden oh shit wir müssen sie würde jetzt aber da reingehen ähm fuck weißt du was äh Fernkampf ja komm und gleich nochmal fehlschlag äh shit wir enden ah sie draußen ist ja auch noch warum gehst du nach oben so wie schaut's aus hm hm da kommst du ja nicht hin oder doch 60 tut dir das Feuer was ah Spalten oberen Opfer 6 m deiner Bewegungsrate um in diesem Zug zu sich 3 hm schau mal da geht du bist bei der Einschüttung auf den Aufwürfen im Vorteil tanzende Lichter aber von aber noch sängendes Niederstrecken ah sorry falls wir das gehört haben ok komm probieren wir es mal ok äh kannst du hier mal raus dankeschön Zug bänden wir müssten eigentlich irgendwie nach oben niedrige Position Post oder Feuerpfeil warte mal alles das war's Stufe 2 alles gegen dich yes zu bänden oh oh scheiße what the fuck ähm bitte mir helfen dankeschön ach ach du scheiße das hat jetzt mega zwirbelt äh gut haben wir einen Heiler du kommst mal hier hin zu bänden ähm nahkampf 6 bis 23 hm 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 nachzulfe getroffen ziel ist blockiert shit ok was was wir haben da gleich nochmal rein yes fast tot Zug bänden was hast du jetzt vor willst du von oben runter schießen ja ok ist tot also wir machen richtig großer Angriff du bist zu deinem nächsten Zug bei Angriffswürfen im Vorteil aber auch die Gegner sind bei Angriffswürfen gegen dich im Vorteil ja yes tot was haben wir eigentlich hier noch Kampffrau Sperrenherz ah shit ah das nächste Mal wegen der Wochen äh shit dann laufen wir hier noch unter und dann müssen wir irgendwie nach oben laufen reißt du mich hohe Verteidigung ah scheiße das ist Nahkampf zum bezaubern sollen wir es mal probieren shit aber wir könnten nochmal heilendes Wort machen auf wobei 21 wie viel hast du 34 ähm ne weißt was du laufst mal ja da nach hinten das erste ah wir kommen jetzt am besten hier nach oben spurten okay bleib da okay bleib da yes so spurten und kommst du da rauf für dich jimmy jimmy on the go wie krieg ich dich komm sonst schieß einfach mal so fehlschlaut ja aber irgendwie klar zupenden spurten einmal darauf dankeschön und in die Richtung beim nächsten zug soll ich sie dann haben ja toll vergiftet das ist halt eine Aktion komm mal hier rauf wie weit kommst du jetzt noch hier covered oh was machst du denn du schönes du rohender Schuss machen wir mal yes äh eine Aktion unvergiftet hab ich ein Gegengift mhm das würde gehen yes geil ähm okay ist weg ja dann würde ich sagen du musst mal blindern was haben wir denn so schönes ah ja das ist ein geiles Schwert 2 bis 12 Waffenverzahmung plus 1 Türschutz Mannzauber mhm mittlere Rüstung 14 also warte mal was hast denn du da 6 bis 20 du hast 5 bis 15 komm mal her ich glaub du nimmst dieses Schwert da und und die Rüstung wirst du nicht anziehen wie schaut es bei dir aus mittlere Rüstung nach der Welt bei Heimlichkeit würfen kannst du das tragen mhm oh scheint so geil okay Versuch Nummer 2 und und fuck 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 sorry i won't go back i'm never going back and if any of mummy's little friends want to pick up where the others left off they'll find nothing but a pile of ash hmm 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 okay ähm mit mir wieder dahin gehen dankeschön okay die haben Kopf raus alter hallo so sie ist stinkig okay zügelt dazu n oh ok ich lass die einfach mal machen ne 2 1 na hast du es bald hahaha holy shit heiß laufen aber das flammenknistern ok blammig ist das ein ausdruck äh heiß sa if i burn any hotter i might explode hey that infernal engine for a heart lets me burn as hot as the hells Okay. Mh... Eine Gruppe von Tieflingern hält sich in den Droidenhallen in der Nähe verschickt. Wir könnten das dort versuchen. Ja, scheiße. Ja, jetzt mit ihr an der Seite. Können wir das versuchen, aber zuerst bringe ich mir da in eine Höhle da rein, und zwar von unten. Ähm... Ich würde mal sagen, wir machen mal eine kurze Rast. Also, wir kommen mal hier rein. Ähm... Okay, kann ich? Kannst du? Kannst du? Kannst du? Weil es Blitz ist? Mh... Mh... Wann ich nicht einfach mal ein Feuer... Mh, 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 mh... Feuerpfeil. Cool. Das hat funktioniert. Wird... Wird mal nochmal so ein Feuerwein-Fass. Guck mal her da. Äh... Hat funktioniert. Äh... 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 Okay, hier komme ich... Hier komme ich gar nicht weiter. Ähm... Ja, das war für nix. Dann schauen wir doch mal oben vorbei. Und zwar... Und zwar... Und zwar... Äh... War das hier, glaube ich. Ja. Wir kommen mal bitte alle hier hin. Ich hoffe, die finden das auch gerade direkt. Ah, die gehen hier rauf. Stimmt, da sind wir auch initial hier runtergegangen. Ja, alle da. Ja, passt. Ah, da hinten sind sie. Äh... Irgendwas passiert da hinten. Scheiße, Dreck. Äh... 8 Kriegsherr 85 Au Oh, jetzt vielleicht nicht Wie schlau ist die Idee Ja, jetzt Bereue ich es gerade irgendwie Shit Sputen ist halt eine Aktion Ähm Okay, geil Ist verängstigt Wir werden da jetzt gerade nochmal Rauchhauen Holy shit Du bleibst da Äh, verschuldet in die Lieferung Was mit ihm jetzt Okay Äh, 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 äh Was machen wir Sengender Strahl Schleudert drei Feuchte Und jeder Strahl bewegt Zwei bis zwölf Einmal Zweimal Zweimal, komm Okay Gott sei Dank Fehlschlag Ach nö Da oben ist auch noch einer So Wie weit kommst du Ähm Kampf raus Bringt jetzt nicht so viel Rücksichtsloser Angriff Ah, es ist halt scheiße Dass das Weißt du was Ich würde das voll toll finden Wenn du Und hier hingehst Und mir hilfst Kommt raus Komm Den ich vorher machen soll Gut Ah, Resistenz Länge Das ist gesucht 4 bis 24 Äh Stufe 2 Auf dich Scheiße Viel Schlag Ähm Das war's erstmal hier Geil Viel Schlag Sehr gut Das ist eher schlecht Okay Bedrohliche Angriffe Na, Kampf Äh Dich Geil Oh, Matiko Bonusaktion Das ist eine Bonusaktion Geil Ja War's erstmal Und für 2 1 2 3 4 Ah, und jetzt lebt er auch noch Heilen will ich mir jetzt nochmal noch nicht Ähm Aber ich würde gerne weggehen Aber er würde mich dann beißen Gut War aber ein Fehlschlag Geil Yes Ja, was machen wir mit dir Kommt raus, um dich zu heilen Das brauchen wir eigentlich nicht Wir machen Zerfleischen 7 bis 18 Ja, kommt's ja Freischen Naja, geil Hat nicht funktioniert Was ist das heute? Fuck Vertroffen Heilen brauchen wir noch nicht Äh, Kampfrausch beenden Nein Scheiße Gelähmt Äh Ich glaube, ich würde sie gerne mal heilen Was machen wir, was machen wir, was machen wir Was machen wir, was machen wir Abbildbeschweren Was machen wir auch Oh shit Scheiße Shit, 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 shit. Äh... Wie wär's denn mal... Jetzt in der Knolle... Hab ich nix zum Heilen dabei? Gegenste... Oh, scheiße, ich hab nix zum Heilen mit. Äh... Scheiße, Bonusaktion, durchschnaufen. Machen wir mal kurz. Äh, jetzt auf Nahkampf, Nahkampf. Guck mal, denn sonst noch so ein schönes... Äh, Doppelschlag. Der Gegner zeigt gleich Spalten. Fünf bis fünft sind sechs. Oh ja, ich mein... 15. Äh, scheiße. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr machen. Ach, das ist jetzt echt kacke. Okay. Wir nehmen uns hier komplett auseinander. Zwei bis sieben Schaden... Ähm... Das... Das werden wir nicht hinkriegen. Okay, er ist schon mal benommen. Oh, ich kann jetzt nix mehr machen, da. Ah, da ist ein zusätzlicher Zauberplatz. Bonusaktion machen wir mal. Ja... Okay, cool. Ähm, ja. Ja, ich würde sagen... Äh, das habe ich aktiv verkackt. Ähm... Glauben wir vielleicht mit Fässern oder so spielen sollen. Aber das überlebe ich nicht. Ich glaube, ich schlade hier nochmal. Ja... Und geil. Ziemlich ungeil. Liebe Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da bin ich wieder. Und ich bin zum Lager gegangen. Ich hatte da oben einen kleinen Kampf. Aber der war tatsächlich interessant. Der ist recht schnell vorbei gewesen. Und ich habe Oger getroffen in dieser Stadt da mittendrin. Und die konnte ich überzeugen, dass sie auf meiner Seite kämpfen, wenn ich sie brauche. Ich habe da entsprechend so ein Horn bekommen. Lumpskrieghorn. Stoße ich in dieses Horn, um lambswittende Ogerbande herbeizurufen. Sie fressen jeden, den sie kriegen können. Aber wenn du einen Pakt mit ihnen hast, verschonen sie nach Möglichkeit deine Gruppe. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und das könnte auch ziemlich von Vorteil sein, wenn wir da jetzt hier gleich reinpreschen. Aber erstmal werden wir hier mal einen kleinen Angriff starten. Und werden sie mal aufwecken. Und ich hoffe, das geht gut aus. Zwei bis neun Schäden. Steckt dieses Auto nochmal in Reichweite. Shit. Ja, wir versuchen es mal. Geil. Britischer Fehlschlag. Oh ja. Jetzt ging mir richtig Stress. Okay. Ähm. Was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir. Tanzen die Lichter der Rechte in Rades von neun Metern? Was kann man denn? Er ist angetrunken, der Typ. Ja. Und aktivieren. Jo. Du bleibst mal hier. Fuck. Kann ich mit. Kann ich. Okay. Was? Was? Oh. 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 Let's. Klar. Ah. Ja, band war der Entzug. Okay. Große Party jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber ich bin guter, denke ich, dass wir das schaffen. Es sind ein bisschen viele auf einmal. Ja, ähm, weißt du was? Wir haben gerade ein Vorteil, wir führen auf Heimlichkeit. Wir gehen mal hier aus dem Weg. Und ich glaube, das war's für's... Oh, warte mal, Peitschenschlag. Geil. Göttert funktioniert. Ah, bedrohlicher Angriff. Fernkampf. Yo, geil. Zielpunkt nicht erreichbar. Dann bleibst du mal hier stehen. Oh. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Äh, einmal und dann alles auf ihn da. Oh, weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Äh. Ich stehe hier voll im Weg. Volle Bänden. Macht's mal ihr, euren Zug. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, sie... Warum läuft der da rüber? Okay. Fernkampf. War ein Fehlschlag. Scheiße. Nice. Ähm... Das ist... Nicht so geil. Ah, scheiße. Okay, sehr gut. Tatendrang, bitte. Reichweite. Also, ich komm da halt nicht vorbei. Guck mal, das... Ja, okay. Ähm... Zu bänden. Was machen wir, was machen wir? Untote vertreiben. Ne, das brauch ich nicht. Äh, Abbitt bespüren. Ja, auf da. Zu bänden. Okay, volles Pfund aufs Maul. Nice. Rechte erst mal. Okay. 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 Ich bin immer noch gespannt, was er jetzt hier machen will. Warum läufst du da nach hinten? Gut. Warte mal. Wir werden... Jetzt auf Leichen. Dankeschön. Und weg hier. Das reicht erstmal. Äh, gehen wir aus dem Weg hier. Dann komm. Das ist ein Fehlschlag. Ja, geil. Gut. Wollen wir das mit dem Abbild nochmal machen? Nee, ne? Heilige Flamme. Resistenz. Machen Sie sich nicht gegen Zauberfekten und Zustände. Ja, vielleicht bei mir da. Und wieder zurück. Heidsche geht nicht so weit. Schade. Das war's. Geh mal hier hin. Was mach mal? Was mach mal? Knochenkälte. Eins bis sechs Schaden. Wir hätten ja da noch so Spezialpfeine. Oh, ja. Und ein Trank. Hinterher. Geil. Ah, shit. Die kommen halt selber nicht vorbei. Oh, yes. Ne, jetzt kommt halt der Ogre, ne? Können wir vielleicht taktischen Rückzug machen? Wir haben mal. Wie viel hat der Ogre? 59. 50. Oh, wir müssen den runter. Regen klar. Sieben Schaden nur. Da kommen wir nicht hin. Yo, geil. Können wir hier weg. Nee. So, binden. Das erste. Ich bräuchte halt ein... Hm. Was mach ich mit dir? Nur einfaches Gift. Äh, und das Immun gegen einfaches Gift. Ja, warte mal. Wir brauchen mal eine Heilung. Jo, der Totten geht's wirbelt. Wir gehen vielleicht mal ein bisschen nach hinten. So, geht's jetzt mal nach vorne hinaufen, bitte. Ja, wow, die haben gar nichts gemacht. Jo, Gott sei Dank. Ähm, rücksichtsloser Angriff. Auf dich, im Vorteil. Wir können aber nicht noch mal zwirbeln. Ach so, Scheiß. Ähm... Spalten. Doppelschlag. Komm, zerfleischen. Auf ihn. Scheiße. Fehlgeschlagen. Aber dann so nochmal reinhauen. Oh, das ist besser, als ich dachte. Ähm... Einmal einen Trank, bitte. Stummangriff. Zerfleischen. Komm. Jo, äh, tatisch funktioniert. Äh... Dann geh du vielleicht... Geh du vielleicht mal... Na, der wird mich angreifen, wenn ich weggehe. Jetzt lassen wir mal. Ähm... Stuh, 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 stuh. Zinsicherer Schlag. Zauberplätze zeugen. Stufe 2. Oh, da haben wir noch richtig schön reinzwirbeln, bitte. Ja, geil. Ich werde jetzt wieder nichts machen, oder? Das ist jetzt total nutzlos. Ach, du Scheiße. 16 Punkte. Oder muss ich einfach mitten im Gemetzel sein? Ähm... Hat er schon neben... Warte mal, wir machen es mal auf dich. Kritischer Treffer. Nice. So, fern am Griff. Oh, geil. Will der jetzt einfach mal nichts aushalten, ne? Und kannst du dich mal selber mal heilen? Geil. 12, 12, 7. Ne, warte mal. Heitsche. Yes. Geil. Feuerpfeil 1 bis 10. Alchemistenfeuer. 2 bis 9. 2 bis 9. 2 bis 9. Hm, hat er nichts gebracht. Ja, sie schaffen es immer noch nicht. Das war echt ein bisschen dumm da. Auf der Brücke das zu machen. Moment mal, Feuerweinfass. Hm. Verpeilung brauchen wir noch nicht bei dir. Yes. Warte mal, wir machen. Wir machen... Ich würde sagen... Äh, warte mal. Wo wird es auch fleischen? Das wird doppelschlagen. Ja, komm. Du weißt... Du weißt... Du weißt... Und... Und hat nichts gebracht. Ich bin jetzt erst mit der Feitsche. Geil. Geil. Oh, scheiße. Die Gruppe wird immer geiler. Jo. Äh... Zwirbel mal auf... Den da, bitte. Ja, mit euch wird's auch nix. Ja, mit euch wird's auch nix. Oder... Oder... Ja, nee. Geil einfach weg. Alles klar. Äh... Warum haben wir jetzt einen Krampf mit ihm? Äh... Warte mal. Wappnen. Dann... Plästig's mir nicht mehr so viel an den Rest dazu und du würfest du den. Na, komm. Komm. Wir gehen mal hier hin. Ja. Beschlag. Gehst aber mal in seine Richtung. Kommst du bis dahin? Nö. Da. Einmal bitte. Was? Okay. Ja, ist tot. Also. Ähm... Alles looten hier erstmal und dann müssen wir reingehen. Und dann wollen wir das gleiche nochmal noch mal probieren. Gold. Nimm doch mal alles mit. Blöden daran. Ich will das ganze Gold haben. Oh ja. Das nimm mal mit. Das auch. Ich hab total wenig mit für dich, dass sie immer so fleißig am Plündern sind. Alles klar. Da haben wir noch einen. Nö. Da haben wir nicht. Da hat auch nichts dabei. Dann haben wir hier noch die Collision. Jo. Oh, geil. Käfigschlüssel. Das könnte praktisch werden. Eilen lang. Immer gern. Okay. Geil. Ja. Wir haben es geschafft. Begrillte Zwergenbeine. Warte mal. Was war's? Du nimmst mal das Zeug da mit. Okay. Also. Ihm haben wir ja schon geplündert. Müssen wir jetzt eigentlich nur noch reingehen. Oder dürften eigentlich nicht mehr so viele sein. Können wir noch eine Kla- Ah, scheiße. Ich kann gar kurz Rast machen. Einmal speichern. Neuer Spielstand. Okay. Ich würde sagen. Hier gibt es ja sonst nichts zu- Da hinten wäre es gewesen. Niedrige Position. Ah, und da oben sind auch noch welche. Ja, komm. Ey, da schlafen welche da oben. Okay. Kommst du mal hier hin. Achso, warte mal. Das ist rücksichtloser Angriff. Das brauchen wir mal nicht. Fernkampf auf. Geht das? Ah, der Weg ist unterbrochen. Ja, gut. Dann auf dich halt. Kommt sie. Nein, sie kommt nicht runter, ne? Okay. Wum mit dir? Äh, Fernkampf. Auf den Kollegen. Ach, nur drei Schaden. Aua. Okay. Gegenstände kann ich das- Jetzt gehen wir mal nach vorne und machen das Horn nochmal. Nee. Das hat, glaube ich, überhaupt jetzt nichts gebracht. Kritischer Fehlschlag. Eher geil. Gut, wir enden. Heilen, bitte. Auf dich da oben. Scheiße. Warum? Moment mal. Muss ich? Ja, komm. Webstopp. Wir haben Personen festhalten. Brauchen wir nicht. Spalten. Ich habe es. Yes. Äh, du trinkst auch nochmal. Ja, du. Ähm. Auf ihn. Yes. Geil, war kritisch. Weißt du was? Wir gehst mal nach da oben. Zu ihm da. Dann sagst du dann gleich mal Hallo. Nice. Ah, Spiegelbilder. Komm, Fall des Feuers. Ah, da würde ich aber ihn mit... Also sie mitreffen. Das ist... Unklug. Ja, das war nichts. Ja. Yes. Geil. Was? Ja, warum nicht? Gut. Dann halt so. Ähm, machen fertig. So, wo ist er da? Achso, ja, ist er da. Ja, gut. Wir bleiben mal hier so. Äh, wir machen... Wir machen den da. Hat nicht funktioniert. Shit. Einmal trank bei dir. Oh, ja, geil. Nice. Und wir haben es geschafft. Okay, dann werden jetzt hier endlich mal alle töten. Alter, schau ich. Habt ihr vielleicht ein paar Tränke dabei? Aber wir nehmen mal ein paar Ringe mal mit. So, Goldbluten. Auch einmal da oben. Yes. Was ist jetzt da mit dem... Mit dem hier? Warte mal, einmal speichern, bitte. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder über der Zeit, eh. Geil. Wir haben Schnellreisepunkt da hinten jetzt. Sehr geil. Okay, ähm, ich würde sagen, ich werde hier nochmal ein bisschen bündern. Schauen, ob ich noch Tränke oder Sonstiges finde. Das wäre noch ganz praktisch. Und dann gehen wir ins Lager rein. Oh, geil. Lager vor dir, du wirst du es alle mal schleppen. Geil. Und werde mich vorbereiten. Eventuell mache ich nochmal einen Long Rest hier. Ist jetzt draußen jemand? Wir draußen sind noch... Ja, das sind noch welche. Okay, also ich glaube, ich mache hier nochmal einen Long Rest und dann gehen wir rein. Und machen die alle platt. Und dann schauen wir mal, ob man da jemanden findet für ihr Herz da. Sofern er überlebt. Und irgendwann sollten wir dann in den Pass. Beziehungsweise, jetzt gehen wir nicht mehr in den Pass. Wir schauen, dass wir dann hier, da in diese Unterwelt irgendwie reinkommen. Das wird ein Fest. Also, bis dahin. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, tschö.